ja leute heute gibt es zweimal die blue thunder von argento eine sehr klein 20 mm salubare batterie ist aber wirklich in sich hat ihr seht selbst das waren diese kleinen 7 schuss batterien glaube ich argento blue thunder geile teile aufpassen dass man die schön sicher diese batterien weil die kippen wirklich sehr sehr schnell vor allem wenn man sie einzeln zündet